Okay, ihr wollt natürlich wissen, was Superpatch sind. Das sind Pflaster, die auf die Haut wirken, aber ohne Wirkstoff. Ähnlich wie die Blindenschrift. Die Haut liest es, bringt es ins Gehirn und das Gehirn sagt, oh mein Gott, ja, klar, mache ich mir Freude. Oder, na klar, ich werde dir helfen, deine schlechten Gewohnheiten zu bearbeiten oder dich stabilisieren oder ich verbessere deine Haut oder ich bringe dir Frieden und du kannst besser schlafen. Und erfunden wurde das für eine Mama, die MS hatte von Jay Daliwell in Kanada. Und wir können jetzt davon profitieren und uns Pflaster kleben.